Hallöchen zusammen, willkommen mal wieder zu einem ganz neuen Projekt. Es ist eigentlich nicht ernst zu nehmen, aber schön, dass ihr mit dabei seid, wenn wir heute die Ziege rauslassen. Keine Sau, kein anderes Tier. Heute lassen wir die Ziege raus beim Goat Simulator. Wir spielen also eine Ziege. Das Spiel nimmt sich nicht sehr ernst, ich hoffe, ihr merkt das recht früh. Und dadurch ist es eigentlich der beste Simulator, der je gemacht wurde. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, denn man kann es euch eigentlich nicht vorenthalten. Also legen wir mal los. Ich habe bisher noch gar nicht gespielt und das Schöne ist, es gibt hier einen Map-Editor. Das heißt, wenn wir so die Standard-Map, die es jetzt dazu gibt, mal gespielt haben, dann gucken wir auch mal, was so vielleicht die Community macht, damit man das so ein bisschen länger machen kann. Denn eigentlich ist es ein hammergeiles Spiel, auch wenn es total sinnlos ist. Muss man so sagen, aber ist schön. Wir fangen einfach an. Es gibt keine große Einleitung. Da sind wir. Man kann sogar lecken. Also, es gibt zwei große Features. Einmal, ach, das gibt es auch. Warte, wie ging das nochmal? Man kann sich einfach auf den Boden legen. Ich glaube, dann lässt man so einfach... Dann kann, ja, dann macht die Ziege nichts. Ich glaube, das ist so ein bisschen Physik-Engine dann einfach. Und man kann Sachen anlecken. Da und dann... Es geht eigentlich nur um pure Zerstörung. Und wir können sprinten. Und... Los, tu es. Ach, wir können... Ah, mit der Monster können wir hauen. Ich würde sagen, wir gucken erst mal... Und... Ich weiß nicht, ob ihr die Musik hört. Achso, es gibt so ein paar Fehler in diesem Spiel. Da hat das Entwicklerteam gesagt... Nein! Es wird keine Patches mehr für dieses Spiel geben. Kein Bugfixing. Das bleibt einfach so. Und es gibt diverse... Diverse Achievements, die man sich hier holen kann. Und wir gucken einfach mal... Was gibt es denn hier so? Autorennen. Ich habe ein bisschen Angst, aber... Eigentlich... Wir können nicht sterben. Es kann eigentlich nichts passieren. Komm her. Ah, jetzt habe ich nicht... Ach, komm schon. Was ist denn da los? Das Vieh trifft mich nicht. Jetzt aber, komm. Car-Accident. Get hit by a car. Es geht nur um pure Zerstörung. Habe ich das schon gesagt. Wir gucken uns ein bisschen um. Das Geile ist, wie die... Wie die Leute fliegen. Komm mal her. Ach, F... F ist... Slow-Mo. Ist auch von Nutzen. Scare the shit out of them. Das ist ja der Ding geflogen. Schön, es ist einfach so herrlich. Also, wir haben jetzt hier unsere Beute. Und, äh... Die wird immer so ein bisschen weggeschleudert. Ich lasse den mal gerade los. Und, äh... Spreng hier mal gerade die Party. Kein Wurs, wo ich... Yay! Irgendwie kann man noch... Jetzt mal aufstehen. Kann man noch, äh... Reach for the clouds. Ich glaube, ich muss 5 Meter springen. Äh... Wie schaffen wir das? Es gibt bestimmte Sachen... Ein Trampolin! Wow. Wow. Das ist nicht so leicht. Ah, da siehst du. Das ist schon wieder ein Achievement. Ah, warte. Wie ging das nochmal? So kann man nämlich Saltos machen. Das ging auch. Autsch. Aber anscheinend ist eben das zu hoch. Und wir wollen mal so ein bisschen diese Stadt erkunden. Die ist eigentlich ziemlich geil. Es ist eigentlich nur darauf ausgelegt, irgendwelchen Scheiß zu machen. Wow. Direkt nach dem Typen hier liegt. Jetzt möchte ich aber mal was sehen. Warte, wir gucken erstmal rein, was es hier so gibt. Man kann doch irgendwie auf dem Arsch langrutschen. Wie geht das nochmal? So schmeißt man sich hin. Wie ging das mit dem Arsch? Was ist das? Das ist das Springen. Wie ging das? Irgendwie kann man sich so auf den Arsch setzen, was ich ziemlich geil fand. Ich weiß es gerade nicht. Wenn ihr das wisst, wenn ihr es mal gespielt habt oder ähnliches, oder wisst, wie es geht, oder ich muss nachher noch mal in die Comments gucken, dann wäre das ganz lustig. Ihr hört es auch in der Musik. Das Spiel ist einfach total, total beknackt. Wir nehmen uns unsere Beute mit. Es ist einfach zu geil. Nun gut, aber ich wollte eigentlich mal gucken, was man mit dieser Biggest Combo Easy Get a kind of Big Ass Combo. Okay, wir werden jetzt hier mal versuchen, diese Tankstelle zu sparen. Es sieht auch, guck mal, von den Farben her ist das wie Shell. Und Shell ist ziemlich teuer, wie ihr wisst. Ja, wie Power. Das ist Shell. Stirb! Kann ich es anlecken? Ich kann es nicht mal anlecken. Aber ich glaube, hier, hier geht es schon fast. Hier geht was. Komm! Geil! Aber hier... Hier steht noch was. Das geht so nicht. Aber wie es einfach die Ziege immer wieder aus dem Konzept kommt. Michael Bay! Hooray! Übrigens, wenn es ein bisschen ruckelt, das liegt an dem Spiel, das ist nicht ganz so gut performant. Aber wir haben Michael Bay freigeschaltet. Weil wir echt so mega klasse sind. Warte. Geht das so? Wie kann ich denn auf dem Arsch rumrutschen? Ich wurde überfahren. Ah, nein! Ich wurde überfahren. Wie kann ich denn auf dem Arsch rumrutschen? Das interessiert mich jetzt doch mal ganz kurz. Warte mal. Wir haben hier noch die Eins, was wir noch testen können. Und sonst Zoom in, Zoom out. Sprint. Ach, geil. Wir machen mal ein bisschen auf uns aufmerksam. Stirb! Wir haben keine Chance. Verdammt. Was war das denn? Ich habe irgendwas weggeschossen. Ah, guck mal. Das bringt irgendwie Punkte. Ich weiß nur nicht, wieso. Auf jeden Fall. Wir haben schon einige Punkte. Aber man muss ziemlich viele sammeln, um in diesem Spiel die ganzen Entschiffen zu bekommen. Was ist hier? Propanflöte! Würde ich mal sagen, oder? Hier ist bestimmt irgendwas explodiert. Was flaschenartiges. Wir gucken uns erst mal dieses Haus an. Ich würde sagen, wir verschaffen uns einen kleinen Überblick. Obwohl, nein, ich muss euch zuerst was anderes zeigen. Ich habe es vorher noch nicht gespielt, das habe ich ja gesagt. Aber ich habe es mir vorher schon mal angeguckt. Und deswegen weiß ich, dass man sich hier einen ganz guten Überblick verschaffen kann. Wenn man da hinkommt. Äh, komme ich nicht. Schade. Ach, man kann aber Treppen gehen. Was total sinnlos aussieht. Wie geht denn das? Und ja, das mit diesem Kopf ist normal bei Ziegen. Deswegen gehen Ziegen generell keine Treppen, weil es einfach zu scary aussieht. Deswegen haben die das gelassen. Und hier auf so Matratzen, die funktionieren auch wie Trampoline. Trampolins. Man schaut sich mal die Tankstelle an. Die hat es auch hinter sich. Man könnte das auch alles zurücksetzen. Guck mal da. Da ist ein Roboter drin. Wie kommt man denn da rein? Das müssen wir schaffen. Also es gibt so ein paar Sachen, die man hier anstreben sollte, finde ich. Also das ist so mein Ansporn. Wow. Wow. Es ist ziemlich hoch. Und dann gucken wir mal, wo wir drauf springen können. Ich versuche mal ganz hoch zu kommen, oder? Das wäre mal so ein kleiner Ansporn. Aber auch die Musik. Es ist einfach der Knüller schlechthin, dieses Spiel. Naja, ich glaube, da kommen wir nicht rauf. Gucken wir mal nach vorne. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier durchfallen kann. Ich glaube nicht. Okay. Da ist ein Trampolin. Da bin ich drauf. Ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Los. Man guckt doch mal so ein bisschen drüber, ne? Wie wenn man da selbst hingucken möchte. Das ist mir immer so aufgefallen. Hier irgendwo. Und. Komm raus da. Gib es dir. Die kommt ja nicht raus. Ey. Ziege. Muss ich erst ganz vor, oder sowas? Kann ich da? Moment. Ich wäre sowieso auf dem Container. Guten Tag. Nein. Wie der fliegt. Bis in den Wald. Aber so komme ich auch nicht. Boah. Das ist ja richtig knallerhart, das Spiel. Jetzt schon. Ja. Gerade erst angefangen und kommt es direkt nicht mehr klar. Ich will jetzt aber oben. Nein. Oh mein Gott. Wir haben es auf den Container geschafft. Ist nur die Frage, wie ich da jetzt reinfallen. Wow. Wie schaffen wir das jetzt hier rein? Ich meine, vielleicht macht die Physik das mit. Warte. Nein. Ah. Ah. Wo steht die... Ja, so, ne? Das ist so typischer Simulator-Style. Aber ich sag mal, hier ist es okay, weil sich das Spiel echt nicht ernst nimmt. Und ich weiß, was passiert. Pass mal auf. Ich will das jetzt da reinhauen. Da wird gleich noch was passieren. Ich wette es. Genau das. Aber wir haben es ziemlich unbescheidend überlegt. Hier oben darf keine Farbe sein. Da bin ich stark gegen. Hier kann man nämlich auch drauf hüpfen. Aber das mit dem Hüpfen ist so echt ein bisschen tricky. Man muss immer... Wie kann ich denn auf einer Matratze hüpfen? Also jeder, der mal wissen wollte, wie das Leben einer Ziege ist, hier lernt ihr echt dazu. Ah. Wow. Jetzt wird es schon hammerschwer. Aber wenn man nach unten guckt, geht es eigentlich. Welche Höhe habe ich denn? Kann ich das irgendwo sehen? Aber... Wow. Wow. Aber so komme ich da auch nicht rein. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Was flirten die denn da auf dem Dach? Das möchte ich nicht. Das werde ich an dieser Stelle sofort beenden. Und... Du bist meine Geisel. Man sieht, das sind so aus diesen typischen Simulatoren... Charaktermodelle hätte ich jetzt... Aber wie die sehe ich auch. Dieses Bein sieht nicht gesund aus. Der Körper auch nicht. Sie hat spontan ihre Wirbelsäule verloren, als ich sie angelegt habe. Ist ja meistens so, wenn Ziegen das machen, ne? Yeah. Das ist halt so ein bisschen Hip-Hop-Style. Du kannst schreien, so viel du willst. Es wird dir nichts helfen. Aber ich möchte jetzt in den Container... Es ist echt die Frage, wie man das machen soll. Und weg. Nein, komm. Ich muss da wieder drauf. Ich hatte irgendwie die Kontenance verloren. Ich bin so ein bisschen rumgerutscht. Airtime easy. Oh, that goat is kind of flying. Ich muss mich jetzt mal da drauf konzentrieren, dass wir da reinkommen. Das ist zumindest mein Ansporn jetzt für diese Folge. Es gibt noch andere geile Sachen. Wir können es mal umgucken. Da sind auch noch Trampoline. Dahinten sieht man schon was anderes Schönes. Und an sich ist die Map nicht all... Oh, siehst du? Wenn man sich zu sehr auf sowas konzentriert. Ist die Map nicht allzu groß. Aber wir werden uns mal umschauen. Perform a successful front or backflick. Das probieren wir mal. Weil mit Rechtsklick... Kann ich das Vieh drehen... Jump on the trampoline. Das Problem ist, dass die so hin und her wackelt. Ja, geschafft. Ja. Not an object really far. Das habe ich mit dem Menschen, glaube ich, mal gemacht. Aber der ist nicht weit genug geflogen. Verdammt. Wir müssen die Menschen bis auf den Mond bringen. Das ist das Ziegenprogramm des heutigen Tages. Au. Ich hätte gesagt, das passt noch. Komm. Hier, letzter Versuch. Sonst machen wir gerade mal was anderes. Aber ich gebe dieses Ziel nicht auf, in diesen Container zu kommen. Weil das scheint mir doch eine Art Secret zu sein. Mäh. Das ist Anlecken. Es ist ein super Feature. Es wird, glaube ich, auch sogar mit als das größte Feature verkauft. Ja, das ist schon mal ganz gut. Jetzt, komm. Nein. Reach for the Stars. Knocking normal. Knocking. Ich glaube, das kann man auch fast gar nicht anders machen. Oder? Als mit dem Trampolin. Oder? Pass mal auf. Hier fallen einem so kranke Sachen ein in diesem Spiel. Ich brauche mal gerade einen Mensch. Wo ist denn hier ein Mensch? Ich bin mir nicht... Ah, nee, warte. Wir machen das anders. Ich wollte jetzt oben vom Kran springen. Meine Pfote hängt da fest. Also meine Hufe. Keine Pfote. Komm, hier. Der andere... Das war unerwartet. Weil die Explosionen bisher nie so schlimm waren. Und dazu noch diese Mario-Sounds. Ich meine, der andere LKW hat uns ziemlich zugesetzt. Der hier Andorren vorbeifährt. Und deswegen haben wir ihm jetzt mal was gegeben. Da ist noch ein Kerl. Wir brauchen dich. Komm mit. Mitkommen. Es ist so herrlich. Und es ist immer dasselbe Auto, wenn man das vielleicht mal so feststellen kann. Wo fliegt der? Was war das denn? Der war... Der war weit. Ich stehe auf. Kuh. Ach, Kuh. Ziegel. Geht das auf? Jawohl. Das Schöne ist, man kann wirklich fast alles kaputt machen. So. Ich habe mal mein Männchen verloren. Was ist denn da los? Zum Glück steht da noch ein neues. Hallo. Na, schöner Kerl. Fällt einfach um. Schön. Wir werden sehen. Ich mache jetzt mal ein paar Versuche. Performance Sacks. Jetzt kommt erst mal der Double Flip. Ob ich den schaffe? Weil der ist ziemlich schwer. Weil man halt auch so... Das war nur einer. Aber das Problem ist halt, dass man... Zählt. Ne, ich bin umgefallen. Schade. Ist nämlich nicht so leicht. Hallo. Bekommen deine Konten... Ey. Ich wacke jetzt genauso rum wie der. Muss ich den erst loslassen? Muss ich jetzt gerade erst mal umfallen? Ist das so? Weiß mal auf. Ich möchte nämlich erst mal ganz hoch springen und dann auf das andere Trampolin. Um zu gucken... Oder erst mal den Doppelflip hier schaffen. Oh, nein, nein, nein. Ah. Das gerät zu schnell außer Kontrolle. Ja. Geschafft. Sehr gut. Boah. Und nun? Ah, jetzt müssen wir in der Luft bleiben. Ich bin gespannt. Weil wenn du dich kurz vor Aufprallen noch viel bewegst, dann fliegst du direkt aus der Bahn. Aber wie sollen wir denn? Neun Sekunden? Wie hoch soll ich denn springen? Ich komme, glaube ich, nicht höher, oder? Ist ich das richtig? Ich glaube, es wird nicht mehr. Ne. Okay, pass auf. Beim nächsten Mal. Schönen Tag.